Und, ja, wieso sollte man einen Menschen umbringen, der eventuell gesund ist und eigentlich sich nichts zu Schulden kommen ließ, außer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein? Weil sowas steht ja leider noch nicht auf Strafe, oder nicht leider, sondern zum Glück noch nicht auf Strafe. Und das sollte dann eigentlich vermieden werden, dass man dann drauf schießt. Aber man sollte das echt im Auge behalten, wie das noch alles abläuft, nicht, dass da wieder gut was unterwegs ist. Ich bin halt gespannt, welches Pharmainstitut das mal wieder schafft, dass sie hier den Virus bekämpfen. Und dann ist die Frage, ob sie den Impfstoff schon länger haben. Weil wenn sie ihn länger haben, dann kann ja wieder die Vermutung aufkommen, ja, das haben sie selber gemacht. Ähm, damit halt, ne, damit sie das Mittel verkaufen können, damit sie da ewig viel Geld einstreichen können und schieß mich tot. So. Ach, den Kies wollte ich eigentlich da rein stapeln. Fällt mir aber auch früh wieder ein. Joa. Rein damit. Wo, wo packe ich eigentlich meine Eisen- und Goldvorräte hin? Oh, hier erstmal. Habe ich da erstmal wieder Platz. Im Flint, im Flint. Scheiß Feuerstein braucht kein Mensch. So viele Pfeile kann doch keiner herstellen, wie ich hier zusammenbekomme. So. Jetzt habe ich aber erstmal genug. Spitzhacken habe ich auch noch. Ach ja, ich wollte eine Schaufel machen. Eine Schaufel könnte ich auch brauchen. Wäre nicht so verkehrt. So, ich bin ja zeitmäßig heute auch ein bisschen angebunden, weil ich dann noch mit Mako aufnehmen wollte. Noch ein bisschen Big Planet 2. Könnten heute vielleicht sogar fertig werden mit dem ganzen Projekt. Das wäre ja auch lustig oder geil. Wenn wir das komplett fertig kriegen. Heute. Dann hätten wir das in meinem Urlaub komplett aufgenommen. Leck mich am Arsch. Es geht ja doch. So. Dann habe ich hier mal aufgefüllt. Die guten Rohstoffe. So. Joa, ein bisschen Zeitdruck ist immer dabei. Muss ich halt dann am Montag oder so wieder aufnehmen. Vielleicht habe ich ja das Wochenende nochmal Bock. Aber da ist mal wieder Chillen angesagt an dem Wochenende. Muss ja auch sein. Viele von euch haben ja, oder ein paar von euch haben ja schon wieder mit der Schule anfangen müssen und so. Oder mit der Arbeit. Kommt immer darauf an, wie alt ihr seid. Ist ja selbstverständlich, ne. Weil kann man ja auch nicht sagen, ja ihr habt jetzt alle die Ferien um. Wenn es gar nicht stimmt. Aber einige. Da geht da Sinn oder der, 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 ja, der Trott des Lebens wieder mal so voran. Ist schon ab und an ein bisschen blöde. Aber was soll's, was hilft's. Da kann man noch so viel meckern. Da muss man halt wieder in die Hände spucken und weitermachen. Und, ja, in Gottes Namen. Muss ja auch früher oder später, muss ja wieder geregelt weitergehen. Und da gehört halt sowas einfach mal dazu. Und einfach lernen, lernen, lernen. Dann hat man auch im späteren Leben einen chilligen Job, würde ich sagen. Weil, um ehrlich zu sein, es ist ja immer so eine komische Kurve. Umso höher bezahlter ein Job ist, desto weniger körperlich muss man arbeiten. Körperlich arbeiten ist ja eigentlich der Tod für jeden Körper. Aber eigentlich auch im Büro, Hengstjob ist genau das. Ist eigentlich auch tödlich für den ganzen Körper. Aber nicht so tödlich, wie wenn man sich 40 Jahre lang in einer Fabrik abbuckelt. Und deswegen sollte man eigentlich immer gucken, so gut wie möglich zu schreiben. Dass man auch so weit wie möglich kommt. Dass man, ja, dass man einfach... Was ist denn hier kaputt? Dreck auf dem Mauspad. Dass man einfach mal, ja, wie soll man sagen... Einfach mehr Türen im Leben offen sind, als geschlossen. Und das schafft man halt einfach nur mit einer guten Grundbildung. Oder mit einer extrem guten Bildung. Und dann wird halt alles angenehmer. Also hängt euch rein, Leute, vom ersten Tag wieder weg von der Schule. Nicht immer so, mäh, Schule. Ihr müsst euch nicht freuen. Aber es ist halt einfach ein nötiges Übel. Im späteren Leben muss man halt auch immer viel nötige Übel hinnehmen. Die man einfach mal bestreiten muss. Die man machen muss. Weil es einfach nicht anders geht. Außer man lebt noch mit 40 bei Mami und Papi. Aber auch die sind irgendwann mal über den Jordan. Man hofft immer. Ich klopfe extra für euch auf Holz. Dass es nicht so schnell passiert. Aber irgendwann ist halt da auch mal vorbei. Und dann ist halt die Behutsamkeit spätestens dann Schluss. Und lieber versucht mal so früh wie möglich selbstständig zu sein. Und sein Leben zu leben. Und sich ein bisschen abzunabeln. Deswegen verstehe ich das nicht. Wie manche Leute mit 40 noch bei Mami und Papi wohnen können. Wäre mir allerdings auch ein bisschen zu blöd. Ein bisschen zumindest. Nicht, dass ich meine Eltern nicht mag. Aber naja. Ich habe mir ja doch schon ein bisschen... Ich habe ja auch lange bei meinen Eltern gewohnt. Muss man ja auch zugeben. Aber auch nur aus dem Vorteil, weil ich mir Geld spare. Das ist ja... Und irgendwann habe ich den Sinn halt nicht mehr gesehen. Weil ich mir kein Geld mehr gespart habe. Deswegen bin ich mit Julia hier zusammengezogen. Allein deswegen schon, weil ich mit ihr zusammengezogen bin. Ist es vom Vorteil, wenn ich dann eine eigene Wohnung... Oder wenn man was eigenes hat. Ja, und... Geldmäßig hat es sich halt einfach rentiert. Deswegen sind wir da einfach mal straight away eingezogen. Ja, und so muss man eigentlich alles abwägen. In der Sache. Oh, das ist so eine schöne Höhle. Ich glaube, dass da einiges rumsteht. Oben sehe ich schon mal Kohle. Eine riesige Spalte. Man sieht halt nicht viel. Die Fledermäuse kommen hier nicht rein. Was halt blöd ist, wenn ich jetzt hier rummeißel. Dann... Äh... Komm ich hier wieder durch. Dann muss ich wieder alles mit Glas zubauen. Das werde ich aber dann auch machen. Weil so eine geile Spalte sollte nicht so verdeckt sein. Nein. Naja. Ich bringe erstmal das Zeug wieder weg. Hier ist wieder ein Haufen Erde herinnen. Das natürlich wieder random gut eingesetzt wird. Ach ja. Ich wollte ja auch noch... Ich wollte ja letztes Mal noch die Erde wegbringen. Fällt mir gerade so ein. So, und übrigens... Ich könnte den Kies hier mitnehmen. Äh... Ich wollte ja die Erde noch wegbringen. Das werde ich dann auch noch schnell machen. Weil allzu lang habe ich nicht mehr Zeit. Ich habe zwar jetzt nur... Bis jetzt vier Folgen. Aber wenn ich die Erde auch noch wegbringe... Ja, fünf. In Gottes Namen, dann habe ich halt nicht so viel beisammen. Ich mag das eigentlich, wenn Minecraft aktueller ist. Deswegen mache ich eigentlich auch nicht so viel Vorrat. Da kann man dann über aktuelle Themen einfach quatschen. Wie Ebola heute zum Beispiel oder so. Ähm... Mir fällt zwar gerade kein anderes Thema ein. Weil Sommerloch und so... Da kommen immer so wenige Themen zusammen. Die haben ja auch alle Urlaub. Die Nachrichten-Fuzzis. Die recherchieren und neue Themen aufbringen. Das ist natürlich auch klar. Und... Deswegen entstehen halt solche Sommerlöcher. Wo sich... Ja, wo mal gar nichts passiert. Angeblich. Das passiert natürlich genauso viel. Aber... Interessieren tut es halt keinen. Oder... Es sind zu wenige Reporter einfach da, um sich drum zu kümmern. Finde ich fast ein bisschen schade. So. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ich muss mich schon wieder umsetzen. Ja, ja. Die Umsetzung ist immer gut. So. Ich muss mal auch mal kurz auf die Uhr gucken. Nicht, dass ich die... Äh... Die... Die Zeit gar nicht mehr hab. Aber... Sieht noch gut aus. Ich hab noch eine Stunde bis zur Aufnahme mit Mako. Da geht noch was. Da kann ich das sogar vielleicht noch ins Rennen anschubsen. Dass ihr dann auch... Wirklich morgen die Folgen bekommt. Also eine davon zumindestens. Da bist du ja eine immer pro Tag. Nicht zwei, ne? Und... Ja. Dann werd ich das mal heute so bewerkstelligen. Extra früh aufgestanden. Dass ich alle unter einen Hut bekomme. Eieiei. Und vielleicht noch im Nachmittag ein bisschen Zeit zum Chillen hab. Vielleicht nehm ich auch heute am Nachmittag nochmal auf. Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht auch was anderes. Ich weiß es ja immer nicht. Entscheide ich immer relativ random. Und... Ja. Mein Zeug braucht ja zum Glück nicht so viel Platz auf dem... Auf der Festplatte. Da ist natürlich der Broadcaster und... Und die Facecam echt vom Vorteil. Ah, mir schläft der Fuß ein. Pssst. Nicht das mal aufwecken. Also leise. Ne. Jedenfalls die Daten vom... Vom Open Broadcaster. Die sind da echt angenehm. Sind echt klein. Doch das funktioniert auch das Rendern um einiges schneller. Wenn man sagt, Trap, Steak, Story. Keine Ahnung. Mords, Riesen-Dateien. Aber... Sind halt auch Top-Programme. Da braucht man halt nur eins laufen lassen gleichzeitig. Hier zum Beispiel bei... Mit dem Open Broadcaster zusammen. Wo ich jetzt gerade was merke. Dass ich die ganze Zeit den Sound damit laufen lasse. Entschuldigung. Ja. Mal gucken, wie ich das wieder schneide. Ja. Der Sound vom Open Broadcaster ist natürlich nicht so toll. Vielleicht lasse ich ja den Sound vom Open Broadcaster bis zu dem Stück jetzt laufen. Boah, ich könnte kotzen. Es ärgert mich immer, wenn ich so einen Fehler baue. Weil die Qualität einfach so abnimmt. Ja, ich... Ich werde es aber so machen, dass ich erstmal den Sound vom Open Broadcaster verwende. Und ab jetzt hört ihr den wieder von Outer City. Also... Ich habe ja alle synchron gemacht und... Boah. Fuck. Wieso denke ich da nicht dran? Wieso passe ich da nicht auf? Da könnte ich mich schon wieder schwarz ärgern. Nee, nee, nee. So. Ich bring mal den Kies hier weg. Zack, zack. Zack, 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 zack. Noch ein paar Feuersteine. Weil wir ja nicht genug haben. So. Mit Eisen kommt hier auch nochmal dazu. Kohle könnte ich dann oben reinballern. Mache ich dann auch mal... Achso, ich wollte die Erde mitnehmen. Ich bringe ja so eine Möglichkeit. Wenn ich schon Erde mitnehmen will, nehme ich auch die Erde mit. Hä? Hier ist gar nicht so viel herinnerde. Erde zumindest. Nö. Habe ich die schon alles weggebracht? Ich weiß es gar nicht. Habe ich das alles schon verbuddelt? Nee, ich habe sie nur hochgebracht. Hoch habe ich sie, glaube ich, nur gebracht. Mann, ich ärgere mich gerade voll. Ist aber auch irgendwo verständlich. Ich will ja auch eine gute Qualität abliefern. Und das schafft halt der Open Broadcaster nicht mit dem Sound her. Dass er hier mir eine gute Qualität ausspuckt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Es ist halt einfach so. Muss man hinnehmen. So. Ich wollte hier rein. In mein gutes, kleines Lager. Ich habe ja immer noch nicht alle Kisten hier richtig einsortiert und so. Musch ich ja auch noch machen. Da hat man ja auch nicht immer so den Drang dazu, dass man sowas macht. Äh, Erde. Erde. So. Alle mal mitnehmen. Ich weiß ja sonst eh nicht, wohin damit. Deswegen mache ich das ganze Zeug hier mal voll. Huch. Hm. Ja. Gute Idee. Nur mangelhaft in der Ausführung. Da kein Platz mehr ist. Hier kann ich den Stein schon mal reinwerfen. Huch. Falsche Ebene. Äh. Hier muss ich rein. Zack. Zack. Hier schön aufgefüllt. Redstone könnte ich noch wegbringen. Aber ich glaube, der ist... Wo ist denn der? Ah, Redstone-Fackeln. Ich bin nicht mal so verkehrt. Redstone. Oh, haben wir ja doch ein bisschen was. Dann habe ich noch ein bisschen mehr. Ein bisschen. So. Äh. Erde. Hier. So. Dann kann man hier noch mal ein bisschen voller machen. Dann reicht es auch eine Zeit lang. Um hier einfach mal alles hier wegzubringen. Achso. Ich könnte hier auch mein Schnellinventar hier einfach mal voll machen. Mit meinem Zeug. Also mit meiner Erde. Mit meinem Drag. Mit meinem Dirty Harry. Oh Mann. Qualitätsverlust. Oh Mann. Tut mir das leid. Sorry. Wollte ich nicht. Nee. Ich bin doch so bedacht drauf, dass ich Qualität liefere. Und dann sowas. Nope. Ich ärgere mich so. Mensch. Ja gut. Kommt mal vor. Aber sollte nicht. Ich will halt das immer schön synchron haben. Deswegen mache ich immer so einen Zack. Hab dann halt einfach die Null vergessen. Dass ich wieder meinen Sound ausschalte. Den ich da aufnehme. Naja. Hilft nicht. Hilft nicht. Muss man halt durch. So. Oh. Sieht schön aus hier. Muss man echt noch ein bisschen was hier machen. Vor allem hier die ganze Strandpromenade. Bin da drauf hingewiesen worden, dass der eine Rand auch nicht so geil aussieht. Naja. Haben wir schon irgendwo recht. So. Hier hüpfe ich einfach mal rüber. Ich muss ja nicht immer den Weg benutzen. Ich muss ja nicht nur den Weg benutzen. Ich muss ja nicht nur den Weg benutzen. Ich muss ja nicht nur den Weg benutzen.